Hallöchen liebe Zuschauer hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Dieses mal wieder im Strand der Uralten. Diesmal greifen wir als erstes an. Sind noch am warten, umgestellt. Hat sich irgendwas im Vergleich... Ach tschuldigung, ist immer noch so spät. Hat sich was vergleich zum letzten mal geändert? Nö, gar nix. Nö, das ist gleich, das ist alles gleich. Nö, alles gleich. Nö, hat sich nichts geändert. Das heißt wir buffen um fünf Scham die sechs Schamane. Ist doch alles vertreten. Drei Elementar Schamane. Keine Ahnung, die Equip haben. Das kann ja auch heiter werden. Drei Elementar Schamane. Einer ist ja schon selten. Aber drei auf Einschlag. Das ist ja fast wie ein 6M Lotto. Tja, das heißt ich habe keine Ahnung wie unsere Gegner sind. Wenn wir unsere Leute mal durchschauen. Oh, das ist jetzt nicht so doll. Da gibt es kaum welche 400Ks, oder? Ich bete. Aber wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf. Ah, Nummer eins. Ich bin so dumm. Eins, zwei. Drei, vier, fünf Leute unter 400K. Ah, teilweise deutlich. Na ja, gut. Na ja, gut. Die haben drei Elis dafür. Wobei die können ordentlich reinziehen, also sie werden gerne nur unterschätzen. Das ist immer der Fehler. Und noch bis sie auf. Ah, so, dattert, gut. Das ist immer der größte Fehler, den Gegnern zu unterschätzen. Hm. Gucken wir uns mal ein Buff. Nächste Buffs dann. Bitte Kick. Na komm, der 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 Kick. Ach, warum hatte ich noch...click- Homemade mich noch. Bam, bonne Dual Kill. Oh, das Ding gerade kaputt. Ist das... Irgendwas ist das gerade verflogen. Oh, was zum Heilen 레� alternator. Bam. Den da. Komm, der Marge. Warum schade, werden hier schon Frost kick ihn zu müssen? Hier kommt der Strichbruch drauf. Und dann noch hinterher. Bäm! Da geht er doch! Gibt's hier was zum heilen? Nö, aber zum töten. Aber so schnell, dass man sich gicken kann. Bäm! Den nochmal heilen. Und nochmal. Bäm! Tja, was ist da? Ah, der will heal. Komm schon. Oh, gib mir den Sack da hinten mit deiner scheiß Kanone da. An der anderen Seite sind wir durch. Nein! Der will gestunt werden. Das hat er ganz laut gesagt. Jetzt will er noch einen Stunt haben. Der will heal bekommen. Noch einen. Ja, lass mich doch allein, du Walzklotz. Jetzt komme ich gleich der Schurke. Ah, hier übrigens. Da. 69%, da fehlt aber noch was. Ah, hier. Ich habe keine Waffe von anderen. So, gehen wir aber hier weiter. Hier haben wir jetzt das Tor da hinten auch drauf. Genau, hier sind aber wahrscheinlich alle am zerrücken. Da ist keiner den Cannons. Hier geht's zur Sache, he? Nicht mehr. Ja. Das ist ein Atom-Elf. Ich wirklich, aber da können Kills abstauben. Doch nicht. Ja, Frost inline, stirn, 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 stirn. Mage of Frost zu inline ist extrem lustig. Dominating. Double kill. Äh, der will heal leider gesagt. Bam, 140k. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel. Selbst ich habe mit Emperor OZ schon über 250k Heels hinbekommen. War natürlich, war mit CDs da. Aber da war auch das Equip noch auf Vielseitigkeit ausgegeben. Hier geblieben. Hier. Boah, geh mir nicht auf die Eier, mein Freund. Klar, führ mich und hau mich raus. Trottel. Du sollst mir nicht auf die Eier gehen. Da wird schlecht. Wir sind's dann halt danach. Jetzt kriegst du halt. Jetzt möchte ich runter. Ach, ich hab mal jemanden dran. Das ist mir der Killwert. Das war mir der Killwert, du Drecksack, du Blöder. Nichts wo gut, aber ich hasse es. Da kommt auf einmal. So viel Schaden. Ja, wieder auf Frost gekickt. Massacre. Massacre. Double kill. Ich bin grad wieder hochkonzentriert. Massacre. Multi kill. Nichts da. Massacre. Mega kill. Ach komm komm komm. Hier. Nicht rumspüren, Freunde. Nicht rumspüren. Hat er noch Ding angeschmissen, oder? Ich hab's richtig gesehen, aber hat er sich noch All that time angeschmissen. All that time. Hat er sich... Die wissen, wenn Marc jetzt nicht blinzeln, All that... Oder All that time an, noch einen blinzeln, Stuntfressen nicht rauskönnen. Ja. Danach können sie sie zumindest von vorne anfangen, aber... Letztendlich haben sie nett das, was sie eigentlich machen wollen. Was? So viel Schaden gemacht. Wow. Hilfler? Ja okay, ich hab abgestoppt ohne Ende. Das ist richtig. Vor allem am Ende. Bei Helios Bau noch. Aber hier, Valkala... Äh... 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 Was ist denn das? Ah, da! Das ist ein Melee-Shammy. Okay, gut. Das verteilt den Damage hier. Na der nicht. Stürmschlag an erster Stelle. Wow, das hab ich auch noch nie gesehen. Das hab ich beim Schammy aber auch noch nie gesehen. Der Stürmschlag an erster Stelle ist. Na gut, wenn er nicht auf, äh... Auf den AI-Krempel da geht, kann das ja glaub ich gut sein, oder? Das Schild, jetzt kommt natürlich... Eins, zwei, zwei... Er kommt noch vor, Leute. Vor, 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 was macht denn der da? Was sprickt der da so Gummi durch die Gegend? Was sprickt der da? Oh, was sprickt der da? Da konnte ich nix mehr tun, tut mir leid. Was ist das denn... Was ist denn das für einer? MASSACRE Das wird aber nicht so schön mit So jedenfalls nicht So werden wir keine Freunde Tut mir leid, muss ich enttäuschen Das war ordentlich geil, okay? Aber nicht wirklich Ach du Scheiße Oh man Kickt Stun Ah, ein ZD Ist zwar nur ein Lowi, aber Alles klar Der nächste Der nächste Die Schami dran MASSACRE WQ 180 K Das ist der nächste Das fällt dir aber ruhig ein MASSACRE 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 Brandgefährlich Ach, ein Rovelcopter auch noch Hier spinnt wohl Gucken wir, wer mich jetzt kriegt. Schammi natürlich, klar, wer sonst? Arschlecken, Freunde. Weil jetzt sind Arschlecken. Ich hätte zwar kämpfen können, aber... Da ist einer. Oh, helfen wir doch mal, hä? Ah, schon vorbei. Schade. Boah, 18 Null, ey. Ach, okay, die ganze Zeit der Männer habe ich schon viel heilen müssen. Boah, 12 Minuten. 12 Minuten, eine Million pro Minute ist so schön. Immer eine Million sogar. Ja, das war dann auch wieder relativ zackig, flackig, luckig, luckig, blub, no. Ja, gut. In dem Sinne, wenn was sein sollte, abdecken wir in den Kommentaren oder auf Twitter. Und danke natürlich fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Hard water, die ja immer. Tschüss. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.